Und wir haben ein bisschen Zeit zusammen, um anzuschauen, wie unser Geist in der Tat funktioniert. Oder wie unser Geist ist. Das ist eine zentrale Linie der Untersuchung im Buddhismus. Und das fokussiert sich auf das Erwachen aus dem Schlaf unserer Annahmen. So dass wir erkennen können, wie unser Leben tatsächlich ist. Wir wissen alle, dass wir hier sind. Und jeder von uns ist in der Lage zu denken, ich bin hier. Und unser Leben organisiert sich um dieses Empfinden eines Ichs. Dinge entstehen und wir haben das Empfinden, dass diese Dinge für mich entstehen. Wenn wir die Treppe runtergehen, weiß jeder von uns, dass wir eben die Treppe runtergehen. Das Empfinden eines Selbst ist dafür dann ein Bezugspunkt. Das ist das, was uns erlaubt, uns zu organisieren und sein Empfinden von Kontinuität und Zusammenhalt, Kohärenz zu geben. Für jeden von uns gibt es uns selbst, mich selbst und dann die anderen. Und die anderen Leute, die, so nehmen wir an, haben auch irgendwie sowas wie ein Ich oder ein Selbst. Aber was wir für sicher halten, ist, dass wir selbst ein Selbst haben. Manche Leute können wir vielleicht sehr gut kennen. Vielleicht wissen wir eine ganze Menge über sie. Aber die Frage stellt sich, ob unser Wissen über die Person uns wirklich einen Zugang dazu verschafft, zu wissen, wer sie tatsächlich sind und welche Qualitäten ihr selbst hat. Klarerweise, wenn wir Leute treffen, dann sprechen wir miteinander und dann finden wir heraus, was seit unserer letzten Begegnung alles so passiert ist. Und sie erzählen uns eine Geschichte über sich selbst. Und wir reagieren darauf, indem wir eine Geschichte über uns selbst erzählen. Und die Basis dafür, überhaupt das tun zu können, ist natürlich unser gemeinsam geteilter Glaube, dass wir ein Selbst haben. Dieses Selbst scheint etwas Inneres in mir zu sein. Eine definitive Zusammenstellung von Qualitäten. Wenn wir sagen, wenn wir dann also sagen, ich bin ich selbst, dann gibt uns das ein Empfinden, eine Identität, die nicht erst gerade heute erfunden worden ist. Wir sind wir selbst gewesen, solange wir uns überhaupt erinnern können. Wir sind wir selbst gewesen, solange wir uns überhaupt erinnern können. Wir können nicht wissen, ich war doch schon immer ich. Manchmal war ich wirklich. Manchmal war ich wirklich. Manchmal war ich traurig. Ich bin mir bewusst, dass es so etwas wie Stimmungen oder Jahreszeiten oder Geschmäcker für die Qualität des Selbst gibt. Und wenn wir uns selbst beschreiben, dann haben wir das Gefühl, dass diese Beschreibungen alles Adverbien oder Adjektive sind, die sozusagen etwas über dieses grundlegende Ding, ich aussagen. Und in diesem Empfinden eines Ichs scheint etwas Irreduzibles, irgendetwas nicht weiter Zerlegbares zu sein. Dieses Ich erscheint zu weinen als der Kommentator unserer Erfahrung. Ich werde mir bewusst, dass ich traurig bin, als ob die Traurigkeit schon vorher gewesen ist, bevor ich dessen bewusst wurde. Manchmal ist auch das Empfinden eines Ichs sozusagen wie ein Gefährte. Ja, das ist etwas, womit wir uns gut fühlen. Das ist etwas, womit wir uns gut fühlen. Das heißt, dieses Empfinden, Ich zu sein, bewegt sich quasi parallel zu diesem Empfinden, dass es uns gut geht, dass alles okay ist. Es ist schwierig, nur dieses bloße Ich zu empfinden. Das Ich kommt immer noch mit etwas zusammen. Wie gesagt, traurig, glücklich und so weiter. Nur Ich? Was soll denn das sein? Wir haben das Empfinden von Ich Bin, sodass dieser Begriff Ich sich gewissermaßen auf die Erfahrung einer beständigen, kontinuierlichen Existenz bezieht. Wer aber existiert? Meine Existenz. Das ist meine Existenz. Ich bin derjenige, der meine Existenz erfährt. Das sind also sozusagen Etiketten, die wir auf etwas aufkleben, auf irgendeinem Grundlegendes empfinden, eine Kontinuität. Dann aber stellt sich die Frage, was ist eigentlich die Basis dieser Kontinuität? Was sind denn die sicheren, zuverlässigen, verlässlichen Konstituenten dieses Empfinden eines Selbst? Im Verlauf eines Tages finden wir, dass unser Körper sich bewegt. Unsere Haltungen, unsere Gesten, das Atmen von uns, die Spannungen und Entspannung der Muskeln. Selbst wenn wir still sitzen, fährt der Atem fort, sich zu bewegen. Das Zwerchfell steigt auf und fällt und auf der Brustkasten erweitert sich und fällt auch wieder zusammen. Und das Blut kreist durch unseren Kreislauf. Was also soll denn an diesem Körper stabil sein? Wir können dann immer noch sagen, ja gut, das ist mein Körper und ich habe ihn gehabt, solange ich mich erinnern kann. Das ist natürlich eine Idee, ein Konzept. Das ist etwas, was ich über meinen Körper sage. Es ist eine tröstliche oder rückversichernde Geschichte. Das ist mein Körper und es war schon immer mein Körper. Es ist nicht ganz so unvernünftig zu sagen, natürlich. Trotzdem ist es vollkommen falsch. Denn einst waren wir sehr klein. Dann gingen wir zur Schule. Und heute würden wir gar nicht die Schule betreten dürfen. Dann würde man sagen, geh weg, du bist zu groß. Also mein Körper, als ich ein Kind war und mein Körper jetzt ist nicht das Gleiche. Aber es ist doch immer noch mein Körper. Und was also ist die Kontinuität des Körpers? Die Haut hat sich verändert, sie hat sich gestreckt, als wir gewachsen sind. Wie agil wir sind, wie viel wir wiegen, wie groß unsere Fähigkeit ist, noch zu rennen. Wir können dann natürlich sagen, ja mein Körper hat sich verändert, seit ich geboren wurde. Dass der Körper also in der Tat ein sehr komplexer Satz von verschiedenen Prozessen der Veränderung ist. Und die Stabilität unseres Körpers beruht in unserer Befähigung dazu, dies als mein Körper zu bezeichnen. Es ist nicht etwas, was von innen her definiert ist, bestimmt ist, sondern es ist etwas, was von außen her gesichert wird. Es können sich aber auch Krankheiten entwickeln. Manchmal passiert das aufgrund von Bakterien, mit denen wir in Kontakt kommen. Viren, die wir aufgreifen. Irgendetwas Fremdes von außen kommt in unseren Körper und der Körper beginnt zu reagieren. Und dadurch wird unser Körper sozusagen verändert durch etwas, was vorher nicht da war. Das Gleiche betrifft Essen, Nahrung, Trinken. Auch sie beeinflussen, wie wir in unserem Körper sind. Sowohl unmittelbar, zeitweilig, indem wir uns vielleicht voll oder vielleicht hungrig fühlen. Und in terms of whether we are developing our strength, maintaining our health or not. Und auch langfristiger, indem wir uns vielleicht in unsere Kraft entwickeln und gesund bleiben oder auch nicht. Es wäre also natürlich falsch zu sagen, es ist nicht mein Körper. Aber dennoch, die Bezeichnung mein Körper weist dafür etwas hin, was sich bewegt und verändert. Und diese Veränderungen entstehen in Bezug auf Faktoren, die nicht innerhalb meines Hautsackes definiert sind. So, from the Buddhist point of view, the notion of a self is defined as being an inherent or intrinsic existent. Something which is from the inside out, something which has been there always and which continues to exist as something. So, what is it that we can find which is inherently my body? Was ist also dasjenige, das wir als innerwohnend meinen Körper finden könnten? The size of our bones, the functioning of our organs, the size of the organs have changed through time. Die Größe unserer Knochen, die Funktion unserer Organe, die Organe selbst haben sich über die Zeit verändert. Their status is contingent, that is to say they depend on the operation of factors. Und ihr Status ist kontingent, mit anderen Worten, von der Wirksamkeit von Faktoren abhängig. Mein Körper ist die Manifestation des Wechselspiels von vielfachen Faktoren. So, it is devoid of a self. Und dadurch könnte man sagen, es ermangelt ihm eigentlich direkt an einem selbst. In the sense of an essence which has a persistent defining substance. Im Sinne einer Essenz, die sozusagen eine beständige definierende Substanz hätte. My body is a name which I apply to a set of processes. Mein Körper ist also nichts als ein Name, den ich anwende auf einen ganzen Satz eine Menge verschiedener Prozesse. And we also have a voice, the capacity for speech and singing and making noises. Auch haben wir eine Stimme und das ist die Fähigkeit zu sprechen, zu singen, Lärm zu machen. Wenn wir Lärm machen wollen, müssen wir aktiv sein. Wir können unsere Hände klatschen. Gewöhnlicherweise machen wir eher Klänge, indem wir unseren Atem manipulieren. By tightening and loosing the muscles in the voice box, we change the tone of sound. By the amount of air we expel, we can increase the volume and so on. Indem wir den Muskeltonus in unserem Stimmapparat verändern, können wir sozusagen den Klang der Stimme verändern. Und indem wir die Intensität der Atmung verändern, können wir auch die Lautstärke verändern. Das ist wahrscheinlich allen bewusst, dass es eine gute Idee ist, mit dem Atmen nicht aufzuhören. You might do some Yoga Kumbaka and block your breath for a short period of time. Wir können vielleicht eine Kumbaka Übung in unserem Yoga machen und den Atem für eine kurze Zeit blockieren. Aber allgemein gesprochen bevorzugen wir es eher, dass unser Atem sich in eine Pulsation bewegt, denn das steht dafür, dass unser Leben eine Kontinuität hat. Ob wir jetzt also sprechen oder singen, unsere Sprache oder unsere Stimme ist verknüpft mit unserer Atmung und das bedeutet Bewegung. Um zu kommunizieren, ist ein Wort nicht genug. Wir verknüpfen die Wörter zu Sätzen. Und indem wir dann die Sätze verknüpfen, spinnen wir ganze Narrative, ganze Erzählungen, die sozusagen einerseits auch einen semantischen Inhalt haben, aber andererseits auch eine affektive Macht haben. Wir können unsere Sprachen nicht festhalten. Wenn wir versuchen, den Klang festzuhalten und einfach nur einen laut ausstoßen, ist es ziemlich bedeutungslos. Wir machen verschiedene Klänge. Die Unterschiede der Klänge sind verknüpft mit dieser semantischen Komponente, indem man sozusagen den Wörtern, die wir produzieren, Bedeutung zuweist. Während ich also hier spreche, ist meine Atme in Bewegung, die Muskeln in meiner Kehle sind in Bewegung. Und auch meine interpretative Funktion ist sozusagen in Bewegung, indem ich mir selber zuhöre und daraus ein Empfinden ableite, wie ich denn meine Sprache, meine Rede fortsetzen will. All das ist Bewegung. All das ist Bewegung. Es gibt keine innewohnende Formation, die sozusagen unsere Ansprache oder unsere Sprache ist. Der Mangel an dieser innewohnenden Definition, Bestimmtheit, ist eigentlich genau die Freiheit, überhaupt zu sprechen. Heutzutage gibt es eine Menge Forschung darüber, wie Tiere miteinander kommunizieren. Und es gibt aber eine Menge Diskussionen, ob Tiere tatsächlich Zugang zu so etwas wie eine Sprache haben oder nicht. Klarerweise kommunizieren Vögel zum Beispiel, sie haben verschiedene Wuche, die sie zu verschiedenen Jahreszeiten auch anwenden. Aber sie haben ein etwas beschränktes Repertoire von Klängen, sodass es einfacher ist, zu erkennen, welcher bestimmte Vogel es ist. Wir haben ein viel größeres Repertoire. Es gibt außer der eigenen Faulheit keine Begrenzung für unser Vokabular. In der deutschen Sprache gibt es hunderttausende von Wörtern. Die meisten benutzen nur zweitausende davon. Das ist traurig. Denn es führt zu einer überbestimmten Qualität der Kommunikation, die man eigentlich haben könnte. Wenn wir sprechen, haben wir eigentlich das Potenzial, unserem Ausdruck eine große Vielfalt zu verlangen. Und in dieser Vielfalt sozusagen viele verschiedene Nuancen darzustellen. Das ist zu sagen, die Reichhaltigkeit unserer Kommunikation ist basiert auf der Abwesenheit eines Ichs oder eines Selbst in der Stimme. Unsere sprachliche Fähigkeit ist nicht vorherbestimmt. Natürlich gibt es letztlich vielleicht irgendeinen Bereich, aber in der Art und Weise, wie wir uns in einem Beginn im Moment sprachlich manifestieren, gibt es eine Menge Freiheit. Wir sagen dann vielleicht meine Stimme oder meine Art und Weise zu sprechen. Aber in Wirklichkeit haben wir viele tonale Variationen. Das ist also zu sagen, wenn wir sagen meine Stimme oder mein Sprechstil, dann ist das nichts anderes als einfach eine Verpackung, in die wir sozusagen diese tatsächliche Qualität des Voraussetzes. Von Augenblick zu Augenblick brachten Sprachen nicht bestimmen können. Und wenn wir uns unsere mentale Erfahrung anschauen, schauen wir uns unsere mentale Erfahrung an. Das ist das sozusagen, was das Privateste ist, was für uns persönlich entsteht. Leute können unseren Körper sehen. Sie können unseren sprachlichen Ausdruck hören. Aber sie können nicht die unmittelbaren, das Arbeiten, das Funktionieren unseres Geistes sehen. Das heißt, auf dieser Ebene sind alle unsere Gedanken, Emotionen, unsere Wahrnehmungen, Empfindungen im Körper, alle mehr versteckt, abgetrennt, mehr versteckt im Körper. Was aber sind diese Dinge, die wir erfahren? Was sind Gedanken, die aufkommen? Und dann gehen sie wieder. Und zwar ziemlich schnell. Gefühle, insbesondere wenn sich Gefühle in Stimmung verwandeln, scheinen länger anzudauern. Und es könnte sein, dass wir uns allgemein in einem entspannt glücklichen Modus oder Stimmung befinden. Und daraus, innerhalb dessen, konnten wir Dinge sehen, die ein bisschen verstörend sind. Sie werden registriert. Aber sie führen nicht zu einem Kollaps der Stimmung. Aber wenn wir von Augenblick zu Augenblick wirklich der Entfaltung unserer Stimmung beibauen, dann sehen wir, dass sie ständig verschiebende Phasen hat. Wenn wir uns glücklich fühlen, wissen wir, dass wir glücklich sind. Aber wie können wir dieses Glück beschreiben? Vielleicht sind wir in der Lage, etwas über die Ursachen dieses Glücks zu sagen. Ich könnte also sagen, ich bin glücklich, hier zu sein. Ich genieße es, hier zu sein. Ich genieße euch zu treffen. Das heißt, das Glück wird hier als sozusagen eine zeitweilige Erfahrung, als eine Art Geschmack erfahren, der durch die zeitweiligen Umstände und Bedingungen verursacht wird. Ich könnte natürlich sagen, das ist ein Teil meines Potenziales oder meines Repertoires. Es ist oft nur eine Latenz, ein latent vorhandenes, das nicht erregt wird, weil die stimulierenden Faktoren fehlen. Aber selbst dann, in dieser Latenz, wo kann ich es denn finden? Ich fühle mich nicht glücklich jetzt. Aber ich hoffe, dass ich mich am Ende des Tages oder der Woche oder des Jahres schon glücklich fühlen werde. Irgendwas wird schon passieren, um mich glücklich zu machen. Das wiederum würde doch zeigen, dass Glück auch nicht etwas Innewohnendes ist. Es ist etwas, was aufgrund von Ursachen und Bedingungen entsteht. Aber wenn ich mich glücklich fühle, dann bin ich glücklich. Diese Identifikation scheint vollständig zu sein. Wir haben das Gefühl, das ist, was ich bin und das ist vielleicht sogar wer ich bin. Wenn wir dann sagen, hör mal, James, du machst ja schon im Augenblick glücklich sein, aber vorher oder später wirst du nicht mehr glücklich sein. Diese sehr nützliche Stück Information wird mich sofort unglücklich machen. Denn in dem Glücklichsein ist auch ein gutes Teil der Fantasievorstellung, dass dieses Glück sich für immer fortsetzen wird. Es ist also ein unendliches, sich ausweitendes Gefühl. Und wir möchten es gerne fortlaufen haben. Aber weil das eben aufgrund von Ursachen und Bedingungen erstanden ist, wird es auch, wenn die aktivierende Macht sozusagen die Bedingungen, die es hervorgebracht hat, am Anfang geringer zu werden, wird es irgendwann mal zerfallen und verschwinden. Also wird meine Erfahrung, meine mentale Erfahrung, die scheinbar in meinem eigenen Geist so entsteht, als ob sie gewissermaßen in meinem durch die Haut umgebenden Selbst wäre, all das ist unbeständig. Ich kann nicht vorhersagen, wie ich mich auch nur im Verlauf dieses Abends fühlen werde. In der Pause werden wir Leute treffen und mit ihnen sprechen und die werden uns vielleicht eine Geschichte erzählen und die wird uns dann vielleicht noch glücklicher machen oder vielleicht noch weniger glücklich. Ich weiß nicht, was ich denken werde. Ich weiß nicht, was ich fühlen werde. Ich weiß nicht, welche Empfindungen für mich aufkommen werden. Das ist also mein Geist. Aber ich scheine nicht allzu viel darüber zu wissen. Aber es ist mein Geist. Das ist mein Geist. Also auch diese Identifizierung, dass es mein Geist scheint mehr eine Art Verpackung oder ein Behälter zu sein, in dem dann die Dinge vor sich gehen, die eben halt vor sich gehen. Welche Art von verlässlicher Essenz könnte ich denn in diesem ständig sich verschiedenen Feld von Gedanken, Gefühlen, Empfindungen, Plänen, Erinnerungen und so weiter finden? Im Sinne des, der Sitz meiner Erfahrung zu sein, ist mein Geist unbeständig. Es gibt kein tatsächliches fortwährendes kontinuierliches Selbst, das man darin finden könnte. Aber es gibt ein Pseudo-Selbst, das ist eben diese Einhüllung, diese Verpackung, die Benennung oder Identifizierung. Das zuverlässigste an meinem Selbst ist die Befähigung, Konzepte zu benutzen, um eine Illusion eines beständigen Selbst zu erschaffen. Und doch sind wir immer noch hier. Und jeder von uns ist sozusagen als er oder sie selbst hier. So das ist das, was einen subtilen Geschmack von Ichheit gibt, der sozusagen jeden Moment, der ersteht, auch durchdringt. Was über eine gewisse Vertrautheit, gewissen Musterbildungen. So, maybe if you're developing a cold, you wake up in the morning and you don't quite feel the same. Wenn wir zum Beispiel gerade dabei sind, eine Erkältung auszubrüten, dann könnte es sein, dass wir am Morgen aufwachen und nicht so ganz wir selbst sind. Ich fühle mich nicht so, wie ich mich letzte Nacht gefühlt habe. This is still me, but it's not the me I want to be. The cold has given me the wrong me. The cold has given me the wrong me. So if I can take some medicine to take away the wrong me, I'll get the right me back again. Wer also eine Medizin nehmen kann, um dieses falsche Ich wegzubringen, dann kriege ich das Richtige, das wahre Ich dann wieder zurück. And the medicine we take is a cause and condition that would cause the diminishing of the power of the cold and therefore I feel returned to my proper self. Und die Ursache und Bedingung, die wir da einnehmen, diese Medizin ist gewissermaßen das, was die Macht dieser Erkältung vermindert und die Rückkehr des eigentlichen wahren Selbst dann ermöglicht. So, if we're lucky enough to feel healthy more frequently than we feel sick, Wenn wir das Glück haben, dass wir uns öfter gesund fühlen als krank, Then, when we feel sick, it feels unusual. Dann fühlt sich das sehr ungewöhnlich an, wenn wir krank sind. Some people unfortunately feel sick pretty much all the time. Manche Leute fühlen sich unglücklicherweise fast immer krank. And that becomes their familiar pattern. Und das wird dann zu ihrem gewohnten Muster. So, maybe we can get a sense that what I call myself is my ability to identify certain patterns as being indicative of the presence of myself. Vielleicht können wir hier ein Gefühl dafür bekommen, dass das, was ich als mein Selbst bezeichne, in Wirklichkeit eine Fähigkeit ist, Muster dazu zu benutzen, als ein Hinweis oder eine Indikation dafür, dass das Selbst da ist. So, this is something quite amazing. Thank you. Und das ist etwas Erstaunliches. That we are here. We are here as someone. Wir sind hier, wir sind als jemand hier. But that someone is not a defining essence. Und doch ist dieser jemand keine definierbare Essenz. We don't have a personal ground or foundation to ourselves. Wir besitzen keinen persönlichen Grund, kein Fundament für uns selbst. I am not arising from me out of myself. Ich komme hier nicht sozusagen in die Existenz aus mir heraus. Sondern es ist eher so, dass der Fluss der Erfahrungen zeitweilig gewisse Muster errichtet. Und ich verfüge über einen ganzen Bereich, solche Musterbildungen, so wie jeder andere auch. Und wir erkennen uns gegenseitig sozusagen als diejenigen, die tatsächlich mit den Musterbildungen, die wir mit der Person identifizieren, von denen wir wissen, dass sie diese Muster bewohnt, wieder erkennen. So. Why is this inquiry into the nature of the self considered important in Buddhism? Why is this inquiry into the nature of the self considered important in Buddhism? Because as we move into the world, a world full of options, we make choices. We make choices on the basis of the sense of what I like and what I don't like. If I get more of what I like, I feel happy. If I get less of it, I don't feel so good. If I get more of what I don't like, I feel unhappy. And if I get less of what I don't like, I feel a bit better. So I develop a desire for the items of experience that I like and an aversion or distaste for the items I don't like. So, dass wir ein Begehren, ein Wünschen nach mehr Gegenständen oder Aspekten der Erfahrung, die ich mag, entwickeln und auch das Begehren zu vermeiden, um sozusagen zu vermindern die verschiedenen Gegenstände der Erfahrung, die ich nicht mag. So, here we have what are traditionally called the three poisons. The first poison is the confusion or misidentification or assumption that has us perceiving self and others to be real and truly existing. Das erste Gift, von dem da die Rede ist, ist die Verwirrung oder die Fehlidentifizierung, die wir vornehmen, indem wir aufgrund falscher Annahmen glauben, dass wir als etwas Existentes vorhanden sind und dass andere oder die anderen auch als existent vorhanden sind, als wahrhaft existent vorhanden sind. I'm here living inside my own skin bag. Ich bin hier und ich lebe innerhalb meines Hautsacks. Und aus diesem Hautsack heraus mache ich Erfahrungen durch meine Sinnesorgane into a world which I identify initially primarily in terms of like and not like. Und diese Erfahrung geht in eine Welt hinaus, die ich primär durch die beiden Kategorien von mögen und nicht mögen identifiziere. Und das ist sozusagen unsere grundlegende Schablone, mit der wir unsere Beziehung zu all den Dingen oder Potenzialen der Welt benutzen. So, if you like something, you want more of it and desire. Not liking it, you get aversion. Wenn wir also etwas mögen, dann wollen wir mehr davon, das ist die Begierde. Und wenn wir etwas nicht mögen, wollen wir weniger haben, das ist die Abneigung. So, this first mental dullness or obscuration or rarefication creates the seeming substantial base for a dualistic perception. Also zuerst haben wir diese mentale Stumpfheit oder man könnte sagen die Verdunklung oder man könnte auch sagen die Neigung zur Verdinglichung, die gewissermaßen die Basis für die dualistische Wahrnehmung erschafft. So, then when I have a sense of I like this, Wenn ich also das empfinden habe, dass ich dieses hier mag, That's clearly a subjective response to the appearance. Dann ist das ganz klarerweise eine subjektive Reaktion auf die Erscheinung. Which could be quite a relaxed, generous opinion. Das könnte natürlich schon auch eine einfach entspannte und großzügige Meinung sein. I like it, you might not like it, but anyway, I like it. Zu sagen in dem Stil, ich mag es, du magst es nicht, aber ich mag es trotzdem. Wenn ich dann aber die Empfindung habe, dass ich das mag und zwar nicht einfach so, sondern weil es gut ist. Ich weiß, dass es gut ist, weil ich es ja mag. Ich bin ja nicht blöd. Wenn du das nicht magst, obwohl es gut ist, dann sagt das schon etwas über dich. Also zumindest sicher bist du blöd. Und ernsthafter betrachtet könnte es sogar sein, dass du mein Feind bist. Denn wenn das, was ich mag und von dem ich ja weiß, dass es gut ist, der einzig wahre Glaube ist und du glaubst nicht an ihn. Dann hast du dich gerade als Terrorist ausgewiesen. Und es wird uns allen besser gehen, wenn du tot bist. Und diese Form der Eskalation geschieht sehr schnell. Und wir können sehen, dass viele Menschen in der Welt ermordet werden, aufgrund dieser sehr, sehr groben Slippage von Subjektivität zu Projekte, Objektivität. Und wir können sehen, dass sehr viele Menschen in der Welt ermordet werden, und diese sehr, sehr groben Versetzung gewissermaßen von einem bloß subjektiv getroffenen Urteil zu einer objektiv vorhandenen Wahrheit. Warum wollen wir also so sicher sein, dass dasjenige, das ich mag, auch tatsächlich gut ist? Das erlaubt uns natürlich, eine gewisse Empfindung von Objektkonstanz zu entwickeln. In einem Erfahrungsfeld, in dem sowohl ich selbst als auch die Umgebung stete Veränderungen unterworfen ist, worauf kann ich mich denn verlassen? Woran kann ich festhalten? Woran kann ich festhalten? Everything is slipping away. Alles rutscht weg. The weather changes. Economic situation changes. Politics changes. Wetter verändert sich. Die ekonomische Situation verändert sich. Politik verändert sich. People we know get sick and die. Leute, die wir kennen, werden krank, sterben. Little babies that we knew are now growing up and leaving school. Kleine Babys, die wir kannten, sind jetzt inzwischen plötzlich erwachsen und haben die Schule verlassen. In the midst of all this, what do I know is reliable? Inmitten von all dem, was kenne ich denn, was wirklich zuverlässig ist, verlässlich ist? So, Frigor is the best Swiss chocolate. Ganz einfach, Frigor is the best Swiss chocolate. Some things are reliable. Das ist doch mal wirklich meine Feststellung, die verlässlich ist. Aber nicht jeder mag diese Schokolade. Manche mögen sie vielleicht nicht, weil sie zu süß ist. Aber sie ist doch die beste. I know. Das weiß ich doch. There are many kinds of chocolate. Es gibt viele Arten von Schokolade. Having decided that this kind is the best. Nachdem wir entschieden haben, dass das hier die beste ist. It's easy to make myself happy. Es ist dann einfach, mich selbst glücklich zu machen. So, I simplify the field of options by making some the figure and receding everything else. And I am imputing a continuing goodness into a particular brand of chocolate. The goodness of the chocolate is in my mouth. If the goodness of the chocolate was in Frigor alone, every other chocolate company would have gone bankrupt. So, it doesn't belong in the object. It belongs in the subject as it identifies the object. Es gehört also nicht in das Objekt hinein, sondern es gehört eigentlich in das Objekt, in seine Bewegung zur Identifizierung des Objekts hinein. Es gibt keinen Innewohnenwert in irgendeiner bestimmten Schokoladenmarke. Es hängt alles von den bestimmten Eigenschaften unserer Geschmacksknospen ab. Und die werden sich wahrscheinlich mit der Zeit auch verändern. Kinder bevorzugen Dinge, die sehr süß sind. Ältere Leute mögen vielleicht dunklere Schokolade oder sogar vielleicht richtig bittere Schokolade. So, was also eine wahrhafte Beziehung zu dieser Schokolade zu sein scheint, stellt sich als eine sehr zeitweilige und unstabile Modalität heraus. Warum ist das wichtig? Denn hier öffnen sich zwei Pfade. Der eine Pfade ist, die Unbeständigkeit wirklich zu untersuchen und den Schlussfolgerungen, die sich daraus ergeben, zu folgen. Nachdem ich geboren wurde, weiß ich, oder vielleicht bin ich mir nicht sicher, dass ich es weiß, aber zumindest habe ich es gehört, dass ich irgendwann auch sterben werde. Ich hoffe, ich werde nicht sterben. Ich hoffe, ich werde nicht sterben. Ich hoffe, ich werde nicht sterben. Aber okay, ich werde sterben. Aber wahrscheinlich werde ich sterben. Was ich also bin, befindet sich gerade mitten in einem Prozess. Und wenn ich genauer schaue, dann bin ich vielleicht sogar ein Prozess oder ein Vorsichtgehen. Wie ein Fluss oder ein Strom von scheinbar äußeren und scheinbar inneren Erfahrungen. In Tibetisch wird dazu Rangyut gesagt, also der eigene Strom, dass unser Leben zu fließen scheint und wir genau dieser Fluss sind. Und wie wir wissen, ist das Einzige, was bezüglich eines Flusses stabil ist, ist sein Name. Wie wir also sehen können, ist auch wieder die Essenz hier etwas von außen her kommendes. Es gibt da nichts Definitives, das wir sozusagen wahrnehmen, ergreifen und festhalten könnten. Das ist verstört. Was heißt es bezüglich dessen, am Leben zu sein? Was es im Wesentlichen heißt, ist, bitte schlaf nicht ein. Wenn das Leben fließt und sich entfaltet, dann ist die zentrale Frage natürlich, wo bist du da drin? Bist du in deinem eigenen Leben gegenwärtig? Oder driftest du weg in Fantasien und Tagträume? In Reue über die Vergangenheit oder in Pläne für die Zukunft? Moment by Moment sind wir hier. Aber von Moment zu Moment sind wir hier. Zumindest ist der Körper da. Man könnte natürlich auch an vielen anderen Plätzen sein. Also die Unbeständigkeit ist eine Erinnerung daran, ein Weckruf sozusagen, dass dieses Drama unsere Existenz nicht für immer so weitergeben wird. Wenn wir also unsere Aufmerksamkeit erlauben, hierher und dorthin geworfen zu werden, gemäß der Zufälle dessen, was gerade zufällig erscheint. Dann haben wir natürlich einen gewissen Erfahrungsbereich, aber sie sind alle irgendwie zusammengewürfelt und fragmentiert. Und die Frage stellt sich dann, was ist die Basis all dieser Erfahrungen? Und das ist das, was wir in den nächsten anderthalb Tagen genauer anschauen werden. Wie wir durch Meditation sozusagen jenseits des einfachen Hörens von irgendwelchen buddhistischen Geschichten über das Leben hinaus gelangen können. hin zu einem öffnen, zu einem direkten Zugang zu der Erfahrung unseres Lebens, wie es sich von Augenblick zu Augenblick tatsächlich entfaltet. Und da es fließt, und wir sozusagen aufgrund dieser gewohnheitsmäßigen Tendenz Dinge sich anzueignen, zu ergreifen und festzuhalten, von manchen Aspekten und andere verwerfen zu wollen. Sie werden sehen, dass es vielleicht nicht so weise ist. Aber das ist natürlich die andere Möglichkeit, dieser andere Pfad, von dem die Rede war, nämlich die Möglichkeit, sich von der Tatsächlichkeit, von dem wie es ist, unsere eigentlichen, tatsächlichen Erfahrungen abzuwenden und zu versuchen, irgendeine Art von Stabilität unserer Existenz künstlich zu konstruieren. Dann finden wir darin vielleicht ein Ort zum Verweilen. Das wird unser Zuhause. Natürlich, es bleibt auch unser Zuhause, solange wir die Miete oder die Zinsen und Tilgung zahlen. Und selbst wenn wir den Kredit abbezahlt haben, müssen wir immer noch die lokalen Steuern und die Versicherungen zahlen. Und wenn du nicht zahlen kannst, kriegst du irgendwelche Probleme. Und trotzdem denken wir, das ist mein Haus. Aber das hängt eben von Ursachen und Bedingungen ab. Was hast du also bekommen, das wirklich stabil ist? Das ist die Zeit einer Vergrößerung eines Mottenangriffs. Wir haben schöne Wollkleider für die Winterzeit. Wir mögen es gerne, sie zu tragen, aber die Motten mögen es gerne, sie zu fressen. Wenn wir also sagen, du, das ist mein Pullover, dann wird das die Motte nicht davon abhalten, es zu fressen, weil sie einfach kein Deutsch versteht. Wir können also sehen, nur weil wir etwas gekauft haben, weil wir es mögen, weil wir denken, das passt zu mir, das gefällt mir, jemand kann eine andere Idee haben. Wir parken unser Auto und am nächsten Morgen kommen wir und sehen, dass jemand reingefahren ist und weggefahren ist. Oder wie der Buddha sagte, alle zusammengesetzten Dinge sind unbeständig. Was immer wir zusammengebracht haben, ist verletzlich, kann gestört werden durch andere Faktoren. Die Ökonomie verändert sich und insbesondere jetzt mit dem Aufkommen der künstlichen Intelligenz werden viele Leute ihre Arbeit verdienen. Auch unsere Emotionen sind unzuverlässig. Und deswegen werden auch stabile Beziehungen instabil. Leute sind nicht, was wir denken, dass sie sind. Sie sind vor allem auch nicht das, was sie sagen, dass sie sind. Und das liegt nicht daran, dass sie sozusagen von sich aus innerwohlen und schlecht sind. Sondern es liegt daran, dass sie ein dynamischer Sitz des Erstehens von vielen Faktoren sind. So wie wir es selbst ja auch sind. Die menschliche Situation selbst ist unzuverlässig. Wir sind unzuverlässig. Leute treffen Vereinbarungen aufgrund von Ursachen und Bedingungen. Und dann ändert sich bei ihnen etwas. Jetzt der Buddha selbst sagte, Freunde werden zu Feinden und Feinde werden zu Freunden. Es gab eine Periode, in der die Türkei sich auf Europa zubewegte. Jetzt sind wir gerade in einer Zeit, wo sich die Türkei von Europa wegbewegt. Das sind sehr komplizierte Angelegenheiten. Aber stabil sind sie ganz sicher nicht. Wenn wir also in die Geschichte schauen, dann werden wir sehen, dass sich die Grenzen, Grenzverläufe von Ländern aufgrund von Kriegen und Allianzen veränderten. Wir sehen, dass sich das Klima ändert. Wir sehen, dass sich die Ernährung der Leute in einem Land über die Jahre verändert. Die Kleidung ändert sich natürlich, die die Leute tragen. Weniger und weniger Männer tragen Schlipse. Es war sehr normal früher, aber jetzt ist es im Moment eher unnormal. Begrüßungsstile haben sich verändert. Als ich ein Kind war, hat sich niemand in England oder Schottland umarmt. Ein fester Handschlag. Und jetzt hat sich das verändert. Hugging, kissing. Auch das hat sich verändert. Umarmt und kussend. Das nennt man Kali-Yuga, also die Zeitperiode des Zerfalls. So, wie sollten wir uns verhalten? Wir wissen es nicht, weil die Kultur sich sehr schnell verschiebt. Das Verhalten verändert sich. Tätowierungen, die früher eine Marke für Matrosen, Soldaten und Kriminelle waren, werden sehr populär gerade. Weil die Kultur ändert sich. Die Bedeutung bestimmter Verhaltensweisen verändert sich. Die sexuelle Freiheit, die wir heute als üblich betrachten, wurde früher als Kennzeichen von Huren und Prostituierten. Früher betrachtet. Also auch Werte verändern sich. Was können wir also finden, was stabil ist? Wir wollen doch die Dinge, dass sie stabil sind. Aha, also das Stabile scheint die Verpackung zu sein. Mach Amerika wieder groß. Mach die Türkei groß. Deutschland wieder groß. Denn die Verpackung ist gut. Innerhalb der Verpackung Chaos, Widersprüche, Ungewissheit. Das ist der Grund, warum wir dieses Wiederaufstarken des Nationalismus haben. Nationalismus ist eine Abwehr gegenüber schmerzhaften Gedanken und Empfindungen. Das ist die Gelegenheit, die Idee von etwas aufzublasen. Bei gleichzeitiger Vermeidung und Wahrnehmung der tatsächlichen Formen der Phänomene, wie sie tatsächlich ablaufen oder wirken. In diesem Sinne ist das Verstehen der buddhistischen Idee von der Abwesenheit eines inneren, innerwohnenden Selbst oder einer eigenen Natur sehr wichtig. Wenn wir an stabile Phänomene glauben, dann gestattet uns das Gefühl zu haben, dass es da etwas Verlässliches gibt. Etwas, worauf wir bauen können. Aber was sind denn tatsächlich die Fundamente? Wenn die Fundierung, wenn das Fundament meiner Selbstidentifikation, der Fluss meiner Gedanken, meiner Empfindung, meiner Wahrnehmung, meiner endokrinen Funktionen ist, wo ist denn da eine solide Basis für mich? Und das ist die grundlegende Wahlmöglichkeit, die der Buddhismus bietet. Du kannst einerseits versuchen, gewissermaßen an dem Schlaf deiner eigenen Annahmen verharren, in dem zu verharren, was du glaubst, was der Fall sei. Oder du kannst anfangen zu untersuchen, wie das Leben in Wirklichkeit ist. Und dann sehen, was du finden wirst. Und dann diese Untersuchung fortzusetzen, sodass du zu der Untersuchung wechseln kannst, herauszufinden, wer ist eigentlich derjenige, der herausfindet, wie die Dinge sind. Wer ist also der Wisser, der Wissende? Gibt es denn überhaupt ein Wer in Bezug auf diesen Wissenden? Vielleicht gibt es ja auch nur Wissen. Und eines der Gegenstände, die in diesem Feld von Wissen aufkommen, ist ein Empfinden von wer? Dass nämlich sowohl Subjekt als auch Objekt beides nur Erfahrungen sind. Die in der Klarheit des Geistes gezeigt, enthüllt werden. Wenn aber diese Klarheit des Geistes nicht beachtet wird, wenn wir nicht beiwohnen, wenn wir nicht ihrer gewahr sind, dann haben wir nur Zugang zum Zeug. Zu all dem Zeug eben. So viele Arten von Zeug. Wenn das alles ist, was da ist, dann müssen wir es natürlich sortieren. Wir brauchen dann eine Menge mentaler Energie und Aufwand, um herauszufinden, wie wir eben oder wann wir eben diesen Baum dann einen Kirschbaum nennen und jenen Baum eine Eiche. Da gibt es dann eine Menge, so viel zu wissen. Und dieses Wissen basiert auf dem Benennen von Zeug. Ohne das Benennen kannst du nicht wissen. Denn das Wissen in seiner gewöhnlichen Bedeutung ist der Gebrauch von Konzepten. Um Muster zu generieren und aufrechtzuerhalten. Auf deren Grundlage du dann noch mehr Muster identifizieren kannst, die entweder sozusagen umfassender sein können als das ursprüngliche Muster oder aber in das ursprüngliche Muster gewissermaßen als Detail eingebettet sind. Wer macht aber das alles? Ich mache das. Na, ist doch klar, ich mache es doch. Aber wer bist du dann? Ich bin ich. Ende der Geschichte. Ende der Geschichte. Ich werde erlauben, dass du glaubst, dass du existierst, wenn du höflicherweise auch mir erlaubst, zu glauben, dass ich existiere. Das ist der universelle Vertrag der Illusion, der Täuschung. Und das ist das, was wir hier untersuchen werden. Wie können wir einen Weg finden, diese Täuschung aufzulösen? Und zur Klarheit zu erwachen. Nun, die Täuschung selbst hat eigentlich keine wahrhaft vorhandene Welt oder auch nur wahrhaft vorhandenes Paradigma etabliert. Nichts ist tatsächlich in Existenz getreten. In der traditionellen Buddhist-Example, wenn jemand eine starke Gelbsucht hat, dann kann es sein, dass sie die Welt dann auch mit einer leicht gelblichen Färbung sehen. Aber da ist nichts Wahres dran. Die Farbe der Welt hat sich nicht verändert. In der selben Weise, wenn wir unter der Macht der Illusion, der falschen Attribuierung, der Vorstellung von Entitäten unterliegen, die gar nicht existieren, dann gibt es da kein objektives Problem. Es gibt da keine wahrhaft existenten Verdunklungen, die beseitigt werden müssen. Und das ist der besondere Gesichtspunkt des Sokchen. Dass nämlich der Geist rein von einem Anfang an ist. Und was immer an zufälligen Verdunklungen aufgetreten ist, da haben diese Verdunklungen keinerlei Wahrheitsgehalt an sich, keinen Status als wahr. Sie sind lediglich leere Vorstellungen, die nur deswegen als wahr erscheinen, weil wir an sie glauben. Löst du den Glauben auf, dann löst dich auch das Objekt auf. Aber wenn du nicht den Glauben auslässt, dann wird die Intensität dieses Glaubens, die sozusagen diese Vorstellung, den Wahrheitsgehalt zu verleihen scheint, gleichzeitig als ein Schleier. Und dann hast du einfach all das Zeug, das du kennst. Und dann wird, wie die Dinge tatsächlich sind, obwohl es immer der Fall ist, dass sie so sind, wie sie sind, für uns versteckt bleiben, verborgen. Und das ist ein Versteckt, der nicht durch den Fluch von Dämonen verursacht wurde. Und das Verstecktsein ist auch keine Bestrafung durch einen brutalen Gott. Versteckt ist es durch die Kreativität unseres eigenen Geistes. In der Vorstellung, sich vorzustellen, dass was nicht der Fall ist, doch der Fall ist. In dieser sich selbst berauschenden Täuschung, wir werden sozusagen süchtig nach unserer eigenen Selbsttäuschung, Selbstbetrug. Und wir verbringen unser Leben, indem wir diese falsche Schöpfung aufrechterhalten. Und der Schlüsselpunkt hier ist, dass die Aufrechterhaltung dieser Täuschung unterliegenden Formierungen eine ganze Menge Anstrengung kostet. Der Geist selbst verschwindet nicht. Und die ursprüngliche Klarheit des Geistes ist niemals verdunkelt. Aber dieser Prozess, das alles vor uns selbst verborgen zu halten und insbesondere uns selbst vor uns selbst verborgen zu halten, erfordert Anstrengung. Ihr könnt einen ganz einfachen Versuch machen. Wenn ihr Gelegenheit habt, könnt ihr in eine der Toiletten gehen und in den Spiegel schauen. Ihr seht euer Gesicht. Dann atmet ihr so auf diese starke, forcierte Weise aus. Und jetzt kannst du dein Gesicht nicht mehr sehen. Aber diese Nebel, die wir da verursacht haben, verdammt und unser Gesicht kommt wieder raus. Und wieder müssen wir hauchen, damit das so passiert. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Obscuration takes effort. Das Mirror is self-cleaning. Das ist sehr, sehr wichtig. Es ist die Verdunklung, die Anstrengung kostet, während der Spiegel eigentlich selbst reinigend ist. Und das ist der Grund, warum wir in unserer Praxis keinen großen Wert auf Streben und das Ausführen vieler ritueller Funktionen legen. Das Problem handelt ja nicht davon, ein besseres Selbst zu entwickeln. Wie es in der Tradition heißt, ein Gefängnis, das versperrt ist durch goldene Gitter, ist immer noch ein Gefängnis. Die Qualitäten des Inhalts des Geistes, die dann informieren, wie wir uns in der Welt manifestieren, sind wichtig, wie wir uns in der Welt manifestieren. So dass unser Verhalten, unsere Art und Weise mit anderen zusammen zu sein harmonisch, höflich und hilfreich ist. Aber als erstes brauchen wir in jedem Fall etwas Weisheit oder eine Einsicht in die Bewusstheit, aus der heraus dann diese Inhalte sich manifestieren. Und diese Klarheit ist innerwohnend. Und sie wird sich selbst zeigen, wenn sie nicht verdunkelt wird. Das heißt, unsere Arbeit beruht eigentlich darin, uns davon abzubringen, ständig Energie in die Täuschung und Verdunkelung zu pumpen. Jetzt werden wir dann hier gehen und eine Pause haben, etwas zu essen bekommen. Wir werden mit anderen Leuten sitzen und vielleicht anfangen zu reden. Das ist eine schöne Sache. Der Schlüsselpunkt hier ist, sich der entfaltenden Natur einer Konversation gewahr zu sein. Die Wörter fließen, die Beachtung oder die Aufmerksamkeit fließt, andere Leute sprechen und so weiter. Du hast Essen auf deinen Teller gebracht, du hast dein Messer, eine Gabel und du isst. Beobachtet für euch mehr und mehr, wie das ein Fluss der Erfahrung ist. Was gibt es daran festzuhalten? Ihr seid teilhabende Teilnehmer in einem Fluss der Erfahrung. Es geht hier nicht darum, zurückzutreten und bloß ein Beobachter zu werden. Sondern hier geht es eher darum, die Nähe aufrechtzuerhalten, mit der Erfahrung bei ihr nahe zu sein, wie sie ersteht, in dem Moment des Erstehens und dann einfach das zu tun, was ihr tut, zu essen und zu sehen, dass all das, was da ersteht, einfach ein Fluss der Erfahrung durch unseren Geist ist. Wir haben jetzt eine ganze Menge Material bereits in einer kurzen Zeit abgedeckt. Und mein Vorschlag wäre, wenn ihr das machen wollt, nach dem Essen, könnt ihr vielleicht bei euch ruhig sitzen und sich über eure eigene Selbstverständlichkeit denken. Und mein Vorschlag wäre, wenn ihr das machen wollt, nach dem Essen einfach mal still sich hinzusetzen und einfach still für euch selbst über euer Empfinden, was das bedeutet ist, selbst zu sein. Um nachzudenken, zu reflektieren, wie unsere persönliche Empfindung einer Identität aussieht. Wie eure Eltern vielleicht euch identifiziert haben und auf euch reagiert haben. Für wen haben sie euch gehalten? Wie nehmen euch die Freunde wahr? Deine eigenen Kinder, wenn ihr welche habt. Deine Kollegen, Chef. Versucht vielleicht auch ein Gefühl davon zu bekommen, ob alle, die euch kennen, sozusagen dasselbe Empfinden in Bezug auf euch haben. Und wenn sie vielleicht verschiedene Meinungen über euch haben, was ist die Basis dafür? Vielleicht die Inhalte ihres Geistes. Dann fragt sich natürlich schon, kennt mich überhaupt jemand wirklich? Ist es überhaupt möglich, dass sie mich wirklich kennen? Bin ich etwas, was gekannt sein kann? Gibt es irgendetwas Bestimmtes, etwas Definiertes in mir, das jemand wirklich kennen könnte, wissen könnte? Und dann müssen wir natürlich auch fragen, kenn ich mich selbst? Bin ich etwas, was gewusst werden kann? Ich bin so vielfältig, ich bin so reich an Potenzialen und Entfaltungen. Gibt es überhaupt irgendetwas, wo ich zu einer endgültigen Schlussfolgerung darüber gelangen kann, wie ich bin? Sometimes, or when you're having a bad day, you might come to a conclusion that you're a useless person, or stupid, or you've messed up your life, or whatever. Wenn wir an einem schlechten Tag nachdenken, dann könnten wir vielleicht zu der Schlussfolgerung kommen, dass wir völlig nutzlos sind, dass wir eine schlechte Person sind, dass wir unser ganzes Leben völlig versaut haben und so weiter. Das ist natürlich eine Schlussfolgerung, die wir über uns selbst treffen. Eine gewisse Art von Kommunikation, die wir mit uns selbst machen. Ein Brief, den wir an uns selbst senden. Aber was ist denn eigentlich die Adresse? Wo ist der Postkasten dafür? Ich hasse mich. Wo sollen wir das hin? Zur Nase? Ich mache mich sozusagen zu demjenigen, den ich hasse, indem ich mir sage, dass ich mich hasse. Ich konstelliere ein Bild von mir selbst, das ich nicht mag. Einige der Dinge, die ich getan habe, sind unvergebbar. Warum? Warum? Wir sind alle verdorben, warum soll das wichtig sein? Nehm dich nicht so ernst. Nein, wirklich, das war etwas, das ist zu weit gegangen, ich hätte es nicht tun sollen. Aber du hast es gemacht und es ist bereits geschehen. Aber das ist doch ein Zeichen, dass ich furchtbar bin. Wirklich? Ist das wahr? Wirklich? Ist das wahr? Wir müssen also anfangen zu beobachten, in welcher Weise wir diese Vorstellung von einem erkennbaren, zu wissenen selbst, definierbaren Selbst konstruieren. Und das ist etwas, das muss jeder für sich untersuchen. Es ist keine Idee, keine Theorie, die man sozusagen über sich selbst lernen kann, sondern es ist eine tatsächliche Untersuchung, die sich auf unsere phänomenologische Existenz einlässt. Also heute haben wir jetzt dann was zu essen und dann haben wir einen freien Abend, den wir natürlich so gebrauchen können, wie wir das möchten. Und morgen treffen wir uns dann um 9 Uhr hier im Raum zum Meditieren.